...ausgeführt von Skoblaar von Olympique Marseille. Zajic. Melic jetzt. Skoblaar, elegant am Ball, aber gegen die sehr stabile... Zaganovic. Wyrmczyk. Zajic. Noch einmal. Melic wie immer frei. Und gut einen Melic. Wyrmsitz. Skoblaar. Und ganz fleißig, der Halsstürmer. Und Tor! Da ist Skoblaar wieder am Ball. Melic. Zajic gegen Patzke. Wieder eine ähnliche Situation und diesmal lässt Meier... Nein, es scheint einen Freistoß zu geben, aber wofür es den gab, weiß ich nicht. Skoblaar tritt. Und wieder Skoblaar. Gegen Vogt. Melic. Und wieder Melic. Melic. Skoblaar. Skoblaar. Und wieder Melic. Die Wehrzahl, der Angriff für die Jugoslacht. Patzke gegen Zeiss.